Ich lichte mich an die Personen hier aus der Wolfgang-Hänse-Straße. Ich ordere Sie auf, die Handlung gegen die eingesetzten Polizeikräfte einzustellen. Unterlassen Sie es, Barrikaden aufzurüsten und diese anzufinden. Des Weiteren unterlassen Sie es, Gegenstände aufzunehmen und diese gegen die eingesetzten Polizeikräfte zu werfen. Unterlassen Sie dieses, werden wir ansonsten unmittelbar Schwankmaßnahmen auch im Trom des Wasserwerfers gegen Sie einsetzen. Unbeseitigte, forderlich, ebenfalls auf. Fass leer, der Mensch in sich, fragt in der Nähe an sich. Sie verlangt am Ende her, schönen Abend, was macht sie denn hier? Jeder weiß, Rettel ist nicht viel, jeder kennt dieses klassverdachte Spiel. Steig aus, was ich vor dir hau'n, einmal beklage und das tut raus. Hörst du sie schreien, sie scheint auf pure Gewalt, bis ihr Lied wieder durch die Straßen heilt. Hörst du sie schreien, sie scheint auf pure Gewalt, bis ihr Lied wieder durch die Straßen heilt. Und los geht's! Kameras in der gesamten Stadt, sichern die Probleme zu haben. Pullen kreisen ihre Runden, stecken sich in der Kürbel in Runden. Schlag zu, wo ihr nur könnt, skrupellos und intelligent. Schlag zu, wenn sie in sie mit Seeland vorbrennt, ihren Privatbesitz. Hörst du sie schreien, sie scheint auf pure Gewalt, bis ihr Lied wieder durch die Straßen heilt. Hörst du sie schreien, sie scheint auf pure Gewalt, bis ihr Lied wieder durch die Straßen heilt. Hörst du sie schreien, sie scheint auf pure Gewalt, bis ihr Lied wieder durch die Straßen heilt.